Ja, kommen sie schon in die Zombies. Ey, was? Du musst jemanden schrauben, hörst du mich? Wir brauchen... Er hat uns einfach zu schrauben? Jesus! Was zur Hölle, Mann? Back up, back up! Fuck, fuck, fuck! Oh-oh. Er kann uns nicht erreichen. Bist du das? Das ist nicht so schlimm. Was denkst du, Vince? Komm schon, wir müssen etwas machen. Ich versuche zu denken. Du besser denken schnell, Mann. Find eine Weapon. Right, Mann. Ja. Wo ist der Karte? Ja, der Karte. Ja, der Karte. Gut zu denken, Justin. Wo ist der Karte? Ich glaube, er hat er fallen. Es ist hinter ihm. Oh, fuck me. Was ist der Karte? Get the gun, man! Get up, Vince! Hurry up! It was! Geht doch! Ben! Gut. Lass' mal gucken. Da lang, oder wir könnten hier uns rausballern. Das wäre aber vielleicht nicht so pralle. Wir könnten vielleicht raus durch den Front des Buses, wenn der Karte unlockt ist. Wenn wir aus diesen Chains gehen können. Wo sind die verdammte Karte, Mann? Sie waren nicht auf ihm. Na, schade! Wenn die Karte auf ihm sind, dann woher sind sie? Wir müssen sie vorne lassen. Was? Ey, was? Ey, ne, Alter, noch einer! Das ist aber kein Mist! Dann schießen wir halt da. Ey, das gibt's nicht! Alter, mach keinen Scheuss! Oh, was ist hier? Was? Was? Was hab ich doch gerade gemacht? Was? Wenn wir einen von diesen aus dem Schaden schießen, die Karte wird sofort raus. Was? 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 Oh, ich mach keinen Scheiss! Ich hab keine Scheiss! Fick mich zu hierhin! Wir müssen sich das denn hier rücken! Es stand hier Ält小! Ich verlinke mich! Was? Natürlich! Ist mir das denn gesagt! Wir müssen fahren zu Hause! Ich brauche jetzt die Karte! Ey, ne Alter! Ey, vergiss es! Ich schieß die Karte. Die Box mir weg! Es sind ja allein gesetzt! Du weißt, ich finde es Lightning! Ich dachte was! Okay... Boah... Boah... Fuck, Alter! Boah, ich kann das nicht, Alter! Boah, ich find das so ekelhaft! Oh, okay... Komm, los, los! Alter! Der hat jetzt keinen Fuß mehr! Hat nur noch einen! Scheiße! Fuck! Okay, das war das erste! Praktisch! Fingerfax... Fixfax! Nächste! Oh, 20 Minuten! Ja, passt da! Ja, passt da! WIAT! 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 JESUS! WIAT! 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 Sie lock words at me, man! Say something, you fat asshole! Fuck if I know! What's that supposed to mean? It means, they could be back there, but I don't know if they are back there, okay?! All the boozez... Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Mann, okay, schlechtes Beispiel, aber du kannst noch etwas schmerzen, Mann. Gott, ich kann mich nicht mehr so schmerzen, Mann. Keine Ahnung, okay? Bitte, diese Straße ist wirklich straight. Wir werden alles gut. At least, schluss dich. Was? Fuck, nein! Du hast du gesehen, das einen Mann? Er ist fucking gorkt. Ich will nicht diesen Mann in meinem Leben, Wyatt. Was ist, wenn es etwas in der Straße gibt? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir dann doch nicht. Ist das ein Pum? Nein. Wann hast du angefangen zu Pumse zu machen? Ich habe gesagt nein, Idiot. Ich weiß. Okay, lass uns Tom Cruise weg. Bitte sag wirklich. Die Pumse sind noch nicht knackig in der Glockbox. Wann mach ich guck jetzt mal da gerade aus. Oh mein Gott, was? Schau mal. Guck ich mal hier. Das ist jetzt nur noch Ditte. Schade. Okay, mal gucken nach Dope. Ich sehe nichts. Mann, es ist da drin. Schau mehr. Ich sehe es nicht. Was ich sehe, ist die Ammo, die du letzte Woche verloren hast. Oh mein Gott. Wirklich? Aber gibt es noch einen Weh? Du weißt, eine Woche ging ich mit dieser Frau. Abigail. Sie hat mir gesagt, dass sie bei mir war. Auf dein eigenes Gras. Mann, schau mal. Ich liebe dich. Okay. Danke so einو. Jörg. Boah. bottonㅋㅋ Du vocabulary. Nee, das war такая Masch. Warte, sag mal. Ja, Mann, sag was das ein Mann oder nicht? Was? Das verdammt Fog! Diese Nacht ist so verdammt, Mann! Es war nicht menschlich, lebend, was auch... Wirklich? Ich meine, wirklich? Schau mir in die Augen und sag das! Ich könnte falsch sein. Ich sage nur, es war nicht menschlich für mich. Du bist falsch. Warum hast du mir sogar gefragt, wenn du nicht hörst? Obviamente, weil ich dachte, dass du mit mir verstanden bist! Mal schauen, ob es irgendetwas im Auto gibt. Du weißt, irgendetwas, was uns eine Art oder andere sagt. Damit können wir nur zwei. Aber ich werde nicht verlassen, wenn wir einen Menschenleben, Mann. Ich bin einfach... nicht. Mann, mach es nicht kaputt! Ich kann nicht durch die Kräcke sehen. Schau! 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 Was ist das auf der geschlossenen Seite? Das ist gerund. Das ist gerund. Das ist gerund. Oh, eine Lecker-Tante. Ich guck mal aus. Ich guck mal aus. Das ist ein Teil von einem Scherz, ich denke. Ja, aber viele sterben Leute haben Scherz. Schau! Mann, ich sehe wirklich nichts. Ist das das Schild aus dem Auto? Ich kann nicht von hier. Wieso muss ich immer alles machen? Sonst muss ich auch noch da raus. Oder irgendwas anderes machen. Ich denke, ein Stück von diesem Mann hat ihn in die Scherz. Mann, ich weiß nicht. Schau. Wyatt. Es war ein Mann. Bist du sicher? Ja. Wie sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du nicht ein Burrito und auf einen Rollercoaster gehst. Jesus. Also was machen wir? Was bedeutet, was machen wir? Wir gehen da raus. Auf keinen Fall. Rechtschreibung ist ein bisschen komisch manchmal. Okay, du. Wir müssen einfach das. Das ist alles. Okay. 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 Hier. Wir machen es mit dem Scherz. Keine Weise, Mann. Du bist verrückt. Ich bin klar wie scherz, Wyatt. Das ist die einzige Weise, dass es fair ist. Fair? Wie ist das fair? Du hast den Mann zurückgelegt. Du hast den Mann zurückgelegt. Du hast das Ding in der Straße. Du hast das Ding in der Straße. Das ist meine Schuld. Okay. Ich gehe. Das ist okay. Das macht Sinn. Okay. Gehen da raus. Gehen. Wo ist die Scherz wieder? Wo ist die Scherz wieder? Juste auf. Wir machen das. Loser geht. Das ist gut. Okay. 2 aus 3, richtig? Sure. 1, 2, 3. Go. Ich habe gewonnen. 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 Ich muss nicht raus. 1, 2, 3. Go. Oh. Scheiße. Was sind die Chancen davon? Okay. 1, 2, 3. Go. Wtf, Mann. Spiel das Spiel. Komm schon. 1, 2, 3. Go. Scheiße. 1, 2, 3. Go. I knew you'd pick rock. You always pick a rock, dude. It's stupid. All right, dude. This is it. Das kannst du nicht machen. 1, 2, 3. Go. Damn, man. Killed those scissors. Son of a bitch.